Na, ich glaub, ich sollte erstmal wieder irgendwo Muni herkriegen. Stehenbleiben, das ist ne Verkehrskontrolle. So, somit hatte Johnny jetzt noch seine Rache. So! beta-se, der nicht fourth nimmt mich meine Gäste nicht so schnell allein. Es gab kein Moment von mir. Die Eisenbahn. Er geht so. Ja, auf jeden Fall brauche ich den neuen Maschinen zu machen, ja. So, das hat noch genug, das hat auch noch genug, ja. Alles andere hat noch genug gehabt. So, na dann. 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 Okay. Okay. So, na dann. 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 Jetzt fehlen echt nur noch zwei. Oh, über 100.000 Dollar haben wir in der Tasche. Oh Mann, oh Mann. Heilige Scheiße. Und noch neun Schuss von den 1000 übrig. Oh Mann. Danke, Ronen. Dank euch kann ich schon wieder Muni kaufen. Oh Mann. Jo, ich hab da wieder rausgefunden. Heilige Scheiße. Und, äh, hätte ich mir jetzt ne tolle... eine Party verdient. Und noch mehr Geld, weil wir ja noch nicht genug davon haben. Oh Mann. Vielleicht sollte ich mir mal die Penthouse-Loft jetzt holen. Das liegt ja praktisch schon auf dem Weg da. Ach, ich nehm den Königs. So. Okay. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, hier können wir es wahrscheinlich kaufen, ne? Ja, und das nur für 40.000, das ist ja ein Schnäppchen. Oh, das sieht ja sehr richtig gemütlich aus. Bestimmt können wir es noch richtig schön aufmotzen und dann... Haha, geht's richtig los. Haha, home sweet home. Ja, ich muss sagen, dieser Ort hat jetzt so richtig Stil. Ich sehe jetzt gerade nur ein Problem. Wie komme ich hier wieder raus? Countdown. The final countdown. Ach, hier. Ich wollte schon sagen, wie komme ich hier denn raus? Aber na jetzt. Jetzt haben wir es ja wieder geschafft. So. Jetzt noch schnell den Fremden. Und dann bitte den Fremden. Jetzt noch ein bisschen... Ja. Dann bitte den Fremden. Die 2. Ammendung geht nur so weit. Bis zum nächsten Mal, hahaha! Äh, ach ja, da hab ich geparkt. Wollt schon sagen, wo ist mein Auto? ... Technically legal, okay. Wir gehen in den Strip shoppen... schön! Ich bin Oh mein Gott! Oh mein Gott! No fun. Na toll, müssen Mr. Wong retten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein, Mensch. Nur weil dieser Idiot immer ins Wasser fliegen muss. Ich hasse das. Ja, der kommt dann natürlich auch nicht rum, weil er da näher denken müsste. Wir haben doch jetzt schon wieder versendet und das seh ich doch. Was? Ich bin jetzt ganz langsam. Mensch, mein Gott. Ja, oder wenn so ne Scheiße passiert. Los, Wong, stirb, damit ich wieder von vorne anfangen kann. Mann, ich hasse sowas. Mensch, Maya. Natürlich. Ja, los, der Wink hat sich später auch. Oh, mit dir, hoch mit dir. Alter, die Schnauze. Puh, geschafft. Nein, Wong. Ja. Oh ja, das wird wohl wieder so wie voll. Na ja. Na toll. Ja. Ja, toll. Wieder dieser nervige Babyfight. Toll. Komm. Aufstehen. Ja. Eine neue Schaft. Hahaha. Komm. Gott. Erwärm dich für den Halt machen. Okay, das war jetzt echt. Komm hoch. Okay. Okay, das hätte ja klappen können. Oh, jetzt schmeißen sie gar die Treppe runter. Na, Kochi, willst du aufgeben? Ja. Das war jetzt unten. Haha! Finish it! Get him! Put Wong on the phone. Hey Wong, I want you to hear something. Come on, be a good sport. You hear that, Wong? You're welcome. Thanks. A nice clip. The world will not be big enough for you to hide in. Luckily for me, you're gonna burn to death in a few minutes. Your son never should have fucked with my friends. Okay, so I think the Kironen are already finished. Wow. We've done it. All three Gangs seem to be completed. Wow. I didn't expect that. But one of them is still alive. What? That's how I can do it. What's going on. Oh. Theraiser. Oh. erledigt. Wir sind die große Übermacht hier. Was ist das? Ultor-Korb-Mission. Okay. Anscheinend wird Ultor das nächste Ziel sein. Na dann. Aber das machen wir jetzt das nächste Mal. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.